Herzlich Willkommen an die Mühleute, ich bin's wieder, euer Garkolim und ich war ein bisschen verpeilt und hab beim Griefer Contest eine falsche E-Mail in die Beschreibung gepackt. Das tut mir fürchterlich leid Leute, das hier ist die echte E-Mail. Solltet ihr euren Grief schon abgeschickt haben an diese E-Mail, tut es bitte nochmal auf diese E-Mail.